Der ganz normale Wahnsinn am Sonntag. Zieh die Winde an, zieh die Winde an. Und das hier? Und das hier? Das gehört zum Fluss. Wir bauen nicht das Schiff auf, sondern das Schlaf. Das Schiff ist ja offensichtlich auch keine Chance, weil ich gehe jetzt kein vernünftiges nach der Regal. Ja, aber wieso haben sie uns das dann auch nicht mitgegeben? Papa, ich brauche mal nichts rein! Ich habe das Schloss aufgebaut! Ich warst immer in welcher Reihenfolge, deshalb habe ich das ein bisschen anders. Papa will Eier! Papa Eier! Wir gehen los! Wir müssen jetzt aber los! Ich habe riesen Sinn auf! Ja, ich auch! Was für ein Ausflug zu McDonalds, ey! Hä? Wer wollte denn zu McDonalds? Ich nicht! Ich wollte eigentlich zu Sixties! Nein, ich wollte zu McDonalds! Was ist denn mit der los? Ich wollte zu McDonalds! Und Gadi will auch! Ich auch! Zu Pommes! Zu Pommes! Pommes! Guck mal! Pommes! Pommes! Ah, guck mal! Pommes! Sie ist bald niemals! Sie ist bald an den Katzen! Hattel! 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 Lass свой merchandise noch nur! Hattel! Hey Papa! Moment! Taucher! Papa! Papa! Hier ist ein Taucher! Ja, was ist denn der Krieger? mies Heit soll ich goalitated! Ist własig? Boah, war das ein schlechtes Essen! Lappen! Lappen! Und... Zwergenhausen! Ui, schöne Häuser. Ui, ein schönes Grillhaus. Du hast nur ein Grillhaus. Oh, das ist schön. Wir haben ja Geschirr angucken. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön so. Wir müssen selbst vor uns zurücklesen. Wir müssen überstehen. Wir haben ja auch die Räume im Hintergrund. Und wieder fahren wir mal. Wir sind irgendwo an der Räume, die Häuser in die Räume auf dem Armut kommt. Und der Räume in die Räume ist. Die Räume in die Räume tigers. Da ist noch Handschuhe sind noch da und so was. Soll das nicht an mein Fenster ran? Ja, aber muss man ja trotzdem erst mal pflanzen. Stimmt ja. Das müssen wir noch ein bisschen trainieren. Soll das nicht anstehen? Ja. Das ist ein kleines Erdbeeren. Ist alles draußen? Das ist alles draußen jetzt. Michi ist auch draußen. Michi, alles gut? Wir müssen die Sodass hier aufpacken. Ich hätte diese Blumen ganz schön mit den Farben. Die sind toll, wa? Mhm. Nehmen wir kurz Geld rein, die wir gleich haben. Oh, nein! Hilf euch, ich muss auf Klo. Zwei, vier, vier. Was tun wir, wenn ich mitmache? Nein, ihr wollt... Ihr guckt, habt ihr den. Okay. Jetzt mach ich erstmal mit Anu, dass sie zusammenmacht. Ein bisschen Erde rein, dann die Pflanzen rein. Papa? Und dann die Erde rein. Soll ich es zu oder ausmachen? Aber sie macht den Garten nicht verklemmt. Aber sie macht einen Aufwand. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm her. Du bist schön 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 schön. Schön 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 schön. This is schön 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 schön. Yeah, man. Yeah. Die Sonne...